Der Motorradfahrer Wenn es zur Kollision mit einem Traktor kommt, praktisch keine Chance hat. Wir haben in unseren Untersuchungen gesehen, dass meistens auch die Geschwindigkeiten relativ hoch sind. Das heißt, der Motorradfahrer zwar noch gebremst hat, vorher aber sehr schnell war. Und wenn es dann zum Anstoß kommt, hat er in der Regel keine Chance zu überleben. Der Motorradfahrer